Ein großer Anteil der Bürgerdienste betrifft Berechtigungen und Nachweise. Aktuell müssen diese Behörden eine gestiegene Nachfrage nach digitalen Verwaltungsdiensten bewältigen und gleichzeitig aktuelle gesetzliche Vorgaben einhalten. Deshalb haben wir das digitale SWORS-Angebot geschaffen. SWORS, das steht für Secure Workflow as a Service. Bewährte Abläufe können damit schnell, kostentransparent und sicher digitalisiert werden.